Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Bus mit 67 Schulkindern in NRW verunglückt. Tragisches Unglück in Nordrhein-Westfalen. Reisebus mit 67 Schülern verunglückt. Nordrhein-Westfalen wurde am gestrigen Tag Schauplatz eines schweren Reisebus-Unglücks, bei dem 67 Schüler verletzt wurden. Das berichteten unter anderem die Welt und der Spiegel in ihren Ausgaben. Nach Angaben der Polizei war der Reisebus auf einer Autobahn unterwegs. Als er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und umkippte. Die eingeschlossenen Kinder und Jugendlichen konnten nur mit großem Aufwand durch die Rettungskräfte aus dem Wrack befreit werden. Zahlreiche Rettungshubschrauber und Krankenwagen eilten zur Unglückstelle, um die Verletzten zu versorgen und in umliegende Krankenhäuser zu transportieren. Einige der Beteiligten erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Eltern der betroffenen Schüler wurden von der Schulleitung und dem betreuenden Lehrpersonal unmittelbar nach Bekanntwerden des Unglücks informiert und stießen teils unter Tränen zur Unglückstelle hinzu. Dies ist ein schwarzer Tag für unsere Schulgemeinde, so der Leiter der Schule. Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Kindern und deren Familien. Psychologen wurden hinzugezogen, um die betroffenen Schüler und deren Eltern zu betreuen. Die Polizei hat mittlerweile die Untersuchungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder schlechte Wetterbedingungen zur Tragödie führten, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Das Unglück verursachte nicht nur tiefe Trauer und Bestürzung. Es leitete auch eine Debatte über die Sicherheit von Reisebussen und den Zustand der Autobahnen im Land ein. Unser Mitgefühl gilt den betroffenen Familien und der gesamten Schulgemeinschaft. Wir hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung aller Verletzten und werden weiterhin über den Fortgang der Ereignisse berichten. Anita Farke, Sonntag, 21. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.